Vers 5 Der höchste Herr bewegt sich und bewegt sich nicht. In Klammer, er bleibt unbewegt. Er ist von allem außerordentlich weit entfernt und ist allem dennoch ganz nah. Er befindet sich innerhalb aller Dinge und ist doch gleichzeitig außerhalb von allem. Erläuterung Er ist im Universum und in allem, was im Universum ist. Und zugleich ist er außerhalb und ist nie durch irgendetwas begrenzt. Der innere Weg lebt von dem heiligen Paradoxon. Ein reicher Mann fragt Jesus. Markus Evangelium 10, 17-31 Wie er das ewige Leben erreichen kann. Jesus gibt ihm zwei Antworten, welche Etappen des inneren Weges darstellen. Als erstes sagt er ihm, er solle die Gebote einhalten. Das bedeutet, er solle Scharanagati, den Pfad der Selbsthingabe, praktizieren, welches damit beginnt, alles anzunehmen, was für das innere Leben förderlich ist. Der Mann erwidert ihm, dass er den vorgeschlagenen Pfad bereits ein gesamtes Leben gegangen sei und dass er damit an eine Grenze gestoßen sei. Er habe darin seine Möglichkeiten ausgeschöpft und suche nun nach etwas Weiterführendem. Jesus geht auf ihn ein und bietet ihm den Weg der inneren Nachfolge an. Er sagt ihm, dass er alles, was er habe und seinen Besitz nenne, weggeben solle und so einen Platz in der Ewigkeit hätte. Dieser Mann war sehr wohlhabend und vermochte dies nichts zu tun. Entsetzt über das Wort ging er mit einer inneren Schwere weg, denn seine Heimat war noch in dieser Welt. Die Jünger aber erschraken über die Worte von Jesus und gerieten außer sich über sein Angebot. Sie sprachen zueinander und fragten sich, wer denn dann noch gerettet werden könne. Sie selbst hätten dies ja noch nicht getan. Statt die Jünger zu beruhigen, dass dieses innere Loslassen nicht so undurchführbar sei, verstärkt Jesus die Befürchtungen der Jünger. Ja, es ist unmöglich. Für die Menschen ist es unerreichbar. Keine Seele kann diesen Weg gehen. Dann erst sagt er, dass es für Gott nichts Unmögliches gibt. Erst in dieser Gegenüberstellung der völligen Ohnmacht des Menschen und der erkannten Allmacht Gottes offenbart sich das Mysterium des inneren Weges. Das Schrimad Bhagavatam 10.9.13-14 umschreibt dieses Wunder auf folgende Weise. Der höchste Herr hat keinen Anfang und kein Ende, kein Außen und kein Innern, kein Vorne und kein Hinten. Er ist mit anderen Worten alldurchdringend. Da er nicht unter dem Einfluss des Elementes der Zeit steht, gibt es für ihn keinen Unterschied zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Er existiert zu allen Seiten in seiner transzendentalen Gestalt. Da alles zu ihm in Beziehung steht und auf ihn hingeordnet ist und er von nichts abhängt, gibt es für ihn keine Unterschiede zwischen Ursache und Wirkung, obwohl er die Ursache und Wirkung aller Dinge ist. Diese unvergängliche Gestalt, die sich jenseits der Wahrnehmung des Sinne befindet, war nun wie ein Menschenkind erschienen und seine ewige Mutter Yashoda, die Krishna in Lokik Saad Banduvat Sambandha, in unbekümmerter Liebe, wie man es zwischen Busenfreunden in dieser Welt kennt, liebte, band ihn mit einem Strick an einen Mörser fest. Krishna existiert ewiglich in der spirituellen Welt, in welcher keine Bewegung der Vergänglichkeit je einen Ablauf beeinflussen könnte. Dennoch bewegt sich alles nur wegen ihm. Er ist der Urbeweger. Für den weltlichen Geist ist diese Gleichzeitigkeit von Gottes Gestalt nicht verstehbar. Wenn sein Vakter, sein geliebter Geweihter, ihn ruft, dringt er aus allem hervor. Das Phänomen der Epiphanie beschreibt das unerwartete Aufleuchten Gottes inmitten der materiellen Welt und auch in seinem eigenen Leben. Die Vaishnavas nennen das Spurthi. Ich darf Teilhabender sein an der Schöpfung, Mitverwalter, nicht Herr und Herrscher, sondern Mitgeschöpf, dienend und den Hochmut vergessend, ihre Krone zu sein. Dann wird seine Schöpfung durchlässig für ihn. Krishna, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, durch die Beziehung zu dir von der Fessel der isolierten Existenz frei zu werden und dich durch alles hindurch wieder transparent werden zu lassen. Alle Liebe will zu dir hin platziert werden. Er ist weit entfernt für diejenigen, die ihn vergessen möchten. Doch ist er näher, als alle Phänomene der Welt einem nahe sein könnten, für seine Geweihten. Er ist die Grundlage von allem. Alles ruht auf mir wie Perlen auf einer Schnur, sagt Krishna in der Gita 7.7. Alles existiert in ihm und er ist auch gegenwärtig in jedem einzelnen Atom seiner unzähligen Universen und offenbart so seine unbegrenzte Energie. Brahma Samhita 5.35 Agruera durfte diese Erfahrung machen, als er Krishna und Balaram nach Mathura geführt hatte. Er ging in die Yamuna, um eine rituelle Waschung zu tätigen und als er in den Fluss eintauchte, sah er Sri Krishna direkt unter den Wellen. Erschrocken entstieg er der Yamuna und sah den gleichen Krishna auch auf seinen Wagen sitzend. Gottes Sein kann man sich gewiss sein. Aber ihn genau verstehen zu wollen, bleibt eine Unmöglichkeit. Denn Gott ist kein Rätsel, das man irgendwann einmal lösen kann. Er bleibt ein Mysterium. Einen personalen Gott kann man sich nicht ausdenken. Über einen personalen Gott kann man sich nicht einfach so informieren. Ein personaler Gott muss sich offenbaren, wenn man etwas Wesentliches von ihm erfahren möchte. Der Glaube an ihn, das Vertrauen, ist keine eigene Leistung, sondern Geschenk Gottes. Der theologische Ausdruck dafür heißt Gnade. Der Mensch hat als Erwiderung die Freiheit, sich dem zu öffnen oder sich zu verschließen. Verbindung zu den nächsten beiden Versen Das, was immer unzertrennbar zum Herrn dazu gehört, sind seine Geweihten. Ihre Haltung und ihren Umgang mit der Welt und ihren Lebewesen wird in den folgenden beiden Versen umschrieben.